Ich glaube, ich weiß dann, wie ich fahre. Ist zwar ein bisschen... ...derber. Aber mir ist scheißegal, die Künste weg. Und mal schauen, ob das geht. Ich fahre da durch die Wand. Und dann lang. Ja, passt wie Faust auf Saul. Wohin, Captain Cook? Ich habe das Ziteln. Echt übel. Ich brauche noch einen Zug. Verdammte Scheiße! Der Van explodiert gleich! Alles geht gleich in die Luft! Verdammte Monster! Mal zu schnell, mal zu langsam. Ich kann nicht entspannen! Ich bin nicht mehr in den Okeyм von Ulzen. Ich kann nicht mehr in die Luft sein. Ich bin nicht mehr in die Luft. Ich bin nicht mehr in die Luft. Diese Nase. So, verrecke. Granate fliegt, nehm das. Granate kommt, komm mir da, Kuleros. Granate fliegt, nehm das. Jetzt gebe ich nicht mehr. Interessant. Dann werde ich jetzt nämlich hier in diese Richtung fliegen. Das Gebiet hier noch erkunden und dann mache ich dies hier. Den ganzen Rest. Wird ja nicht so lange dauern, denke ich mal. Schwieriger wird das hier wieder sein. Was soll ich jetzt wieder nachdenken, wo es war? Oh man, wir können den Kunden sehen. Gut, wir verfolgen ihn und schnappen ihn bei erster Gelegenheit. Hmm. das war eine perfekte landung das müssen sie echt noch patschen und im kampf getötet stimmt auch nicht ich muss mal kurz ich bin gleich wieder 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 ich bin gleich ich bin gleich wieder 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 ich bin gleich wieder